Das Netzwerk Großbärenstraße lud Mitte Juni Mitarbeiter aus den Unternehmen und Familien aus dem Bezirk zu einem großen Sommerfest auf das Firmengelände von General Electrics ein. Dort präsentierte sich unter den zahlreichen Ausstellern auch der Hersteller für Fabrik- und Prozessautomatisierung Peppal & Fuchs. Peppal & Fuchs ist ja mit dem Gründungsmitglied vom Netzwerk Großbärenstraße und wir engagieren uns eben doch hier beim Sommerfest oder bei anderen Aktivitäten, die im Ringpraktikum oder anderen Sachen sind, machen wir alle Sachen eigentlich mit, die alle so sind, damit auch eine Gemeinschaft eben entsteht zwischen den einzelnen Netzwerkunternehmen. Ganz im Sinne der Wissenschaft konnten interessierte Besucher ein Astronautentraining absolvieren und somit das Gefühl der Schwierlosigkeit erleben. Ich wünsche dem Netzwerk also weiterhin so viel Innovation und auch Zusammenhalt, wie es bisher ist und dass auch die Zusammenarbeit weiterhin so gut klappt. Über 600 Besucher konnten die Veranstalter auf dem Sommerfest begrüßen. Auch dank der Teilnahme von Peppal & Fuchs als Actionstandpartner konnte das Sommerfest somit erfolgreich die Feierlichkeiten im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums des Netzwerks Großbärenstraße einläuten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017